Bei »Let's Dance« sah bisher alles nach einem Durchmarsch von Gabriel Kelly aus. Das änderte sich in der zweiten Entscheidungsshow. Nach der großen Kennenlernshow resümierte »Let's Dance«, Juho Joachim Jambi, dass es in Staffel 17 keine Anna Ermakova gebe. Anders gesagt, kein Promi war überragend, allerdings war auf dem Parkett auf kein Totalausfall zu sehen. Dennoch sah in den ersten beiden Wettbewerbswochen alles nach einem Durchmarsch von Gabriel Kelly aus, der nicht nur das goldene Ticket gewonnen hatte, sondern die Konkurrenz auch in der ersten Entscheidungsshow hinter sich ließ. »Let's Dance«, Gabriel Kelly stürzt ab. Allerdings änderte sich das Kräfteverhältnis in der zweiten Entscheidungsshow drastisch. Während Kelly um vier Zähler auf 17 Punkte abstürzte, steigerte sich Lulu Lewe von 19 auf 21 Punkte. Doch auch Bion Katilatu, Jana Wosnitzer und Detlef Soest, der mit 22 Punkten das beste Ergebnis des Abends verbucht hatte, tanzten an Kelly vorbei. Lina Larissa Strahl, Toni Bauer und Mark Keller waren ihm mit jeweils 16 Punkten außerdem dicht auf den Fersen. Kelly hatte sich von Anfang an bescheiden gegeben. »Ich will mir nichts einreden. Vielleicht scheiße ich beim nächsten Tanz rein«, erklärte er nach der Kennenlernshow salopp. Nach zwei Standardtänzen stand für ihn in der zweiten Entscheidungsshow mit dem Paso Dobel erstmals ein Latein-Tanz an. »Kann er ein Latino-Lover sein?«, hatte Christian Polanz, der in diesem Jahr nicht an der RTL-Show teilnimmt, im Vorfeld gefragt. Offensichtlich arbeitet er noch dran. »Kann er ein 했 kan?«, »Kann er ein